Heute wollen wir einen Blick auf unsere Premium-Japan-Sägen legen, die sogenannten Deluxe-Sägen. Wir wollen uns anschauen, was macht sie besonders, was können sie und was ist bei der Benutzung zu beachten. Hallo und herzlich willkommen bei DICTUM. Wir wollen heute einen Blick auf die Premium-Japan-Sägen, auch Deluxe-Sägen genannt, werfen. Auf den ersten Augenschein sehen Sie unseren normalen Wechselblattsägen sehr ähnlich. Wenn man diese beiden zum Beispiel vergleicht, die haben die gleiche Länge, die gleiche Form, Grifflänge und so weiter. Aber bei den Deluxe-Sägen handelt es sich eben nicht um Wechselblattsägen. Diese Sägen sind aus Kohlenstoffstahl gemacht, durchgehärtet. So sind sie eben auch schärfbar. Also man kann die Härtung an den Spitzen nicht wegschleifen. Allerdings, da es gehärtet ist, der Stahl, muss man da Diamantfeilen dazu benutzen, wenn man die nachschärfen will. Und je feiner die sind, desto schwieriger wird das Ganze dann auch. Und der verwendete Stahl hat natürlich dann auch andere Auswirkungen. Das ist ein Kohlenstoffstahl. Das bedeutet, der Stahl kann anlaufen. Deswegen sollte man vermeiden, mit den Fingern an die Sägeblätter zu fassen, beziehungsweise wenn man Fingerabdrücke drauf hat, die möglichst schnell wieder wegzuwischen. Und ja, wie bei allen Sägen oder bei allen Werkzeugen aus Stahl, der anläuft, also rosten kann, ab und zu ein Tröpfchen Öl schadet nie. Und das schützt dann diesen Stahl sehr gut vor Korrosion. Was auch noch zu beachten ist, ja, ich habe gerade schon erwähnt, die Blätter sind durchgehärtet. Das bedeutet, dieser Stahl ist etwas spröder als der von den Wechselblattsägen. Und es bedeutet, dass diese Sägen sich nicht so leicht verbiegen, zum einen. Aber zum anderen, wenn dann sehr viel Spannung aufs Sägeblatt kommt, dass sie dann abbrechen können. Ja, oder auch einzelne Zähne abbrechen können, wenn man sehr stark knickt oder verkantet. Also das ist bei diesen Deluxe-Sägen, ja, zu beachten, bei der Benutzung. Nicht zu stark zu verkanten, keine Querkräfte auf die Säge zu bringen, ja, oder sie gar zu verbieten in irgendeiner Form. Aber diese besondere Fertigung hat eben auch Vorteile. Alle diese Sägen werden von Hand hohl geschabt. Das bedeutet, dass, ja, die Sägeblattstärke an jeder Stelle des Sägeblattes optimal für den Schnitt ist. Also sie sind vorne etwas, bei den Zähnen etwas dicker, um da auch mehr Stabilität zu erzeugen. Und dass die Säge nicht so stark geschränkt werden muss, wird die Säge oder das Sägeblatt nach hinten etwas dünner, also ganz leicht hohl geschabt. Ja, und das funktioniert tatsächlich mit so, ja, sieht aus wie Ziehmesser schabern, wo vorne eine Art, ja, wie bei einer Ziehklinge oder bei einem Ziehklingenhobel eine Schneide drin ist. Und damit werden feinste Spänchen von der Oberfläche abgenommen. Die Sägen, sollten sie leicht verzogen sein, werden bei der Gelegenheit auch durch Hammerschläge, feine Hammerschläge gerichtet. Und es bringt auch eine zusätzliche Stabilität ins Sägeblatt. Also, ja, nicht nur spröde und leicht zu zerbrechen, sondern, ja, sehr hart und, ja, durch das Schaben und das Hämmern trotzdem elastisch. Aus welchem Grund sollte man jetzt also zu so einer Deluxe-Säge greifen und nicht, ja, bei den ganz normalen Wechselblattsägen bleiben? Viele dieser Sägen haben spezielle Anwendungsgebiete. Ja, da haben wir die, die ist sehr auffällig von der Form auch. Azebiki, ähm, relativ kurz, hat so einen langen Hals. Wozu ist die da? Damit kann man in der Fläche die Säge ansetzen und kann somit Nuten einsägen und ausarbeiten, um zum Beispiel am Fachboden in einem Korpus, ja, mit einem Schwalbenschwanz, ja, einzuschieben. Ich habe bei dieser Säge eine Längsschnittverzahnung und eine Querschnittverzahnung drauf. Also auch bei den Zahnformen habe ich da eine Spezialisierung entsprechend der Schnittrichtung, ja, in die meine Nut gehen soll. Dann haben wir hier eine ganze Reihe von sehr ähnlich aussehenden Kataba-Sägen. Ähm, ja, auch da, es gibt eine mit Längsschnitt für, ja, längere, feine, sehr feine Längsschnitte im Musikinstrumentenbau, ähm, ideal, weil der Schnitt eben sehr fein und sehr dünn ist. Ähm, die nächste, eine Querschnittverzahnung, aber wenn man genau drauf schaut, dann sieht man, sind, so, ja, manche Zahnlücken etwas größer und der Zahn davor und dahinter ist eben auch nicht geschränkt. Und ein bisschen anders angeschliffen. Diese Zahnform ist eine Mischform aus Längsschnitt- und Querschnittverzahnung und eignet sich perfekt für Gehrungs-, also Diagonalschnitte. Auch sehr fein, sehr dünn und, äh, ich kann trotzdem relativ große Querschnitte durchtrennen. Und die nächste, ja, vielen bekannt vielleicht, ähm, ist eine sogenannte Bündigsäge, ja, um Dübel oder Holznägel flächenbündig abzuschneiden. Ja, durch die Flexibilität des Sägeblattes kann ich, äh, die eben sehr gut in der Fläche, wenn da jetzt ein Dübel drin wäre oder ein Zapfen, ähm, in der Fläche ansetzen und wirklich, äh, ganz passgenau den Dübel oder den Zapfen abschneiden. Ähm, ähm, die Zähne sind nicht geschränkt, sodass die Fläche auch nicht verkratzt werden kann. Und, äh, üblicherweise wird die Fläche, bevor man die Nägel, Holznägel oder Zapfen einfügt, werden die Flächen schon mal geputzt und, äh, das Ganze wird dann nicht, ähm, verkratzt, weil eben diese Säge nicht geschränkt ist. Und dann haben wir da noch eine ganz kleine, ähm, ja, diese schmalen, ja, Schlüssellochsägen, ähm, sind dazu da, um Kurvenschnitte zu schneiden. Zum einen, allerdings da auch hier, ähm, wie üblich bei den japanischen Sägen eine sehr schwache Schränkung vorliegt, ist der Radius nicht sehr klein, den man mit diesen Sägen, ähm, ja, bewältigen kann. Allerdings, ja, dadurch, dass sie so schmal sind und, äh, ja, so, so spitz vorne, ähm, lassen sie Schnitte in sehr beengten Räumen zu. Ähm, zum Beispiel kann man Holznägel, ähm, in Zapfenlöchern, also wenn ein Zapfen mit einem Holznagel gesichert ist und der Zapfen abgebrochen ist, also in der Restauration, kann man in der Fuge zwischen Zapfen und Zapfenloch dann, äh, den Holznagel zum Beispiel durchtrennen. Da sind diese Sägen ideal, weil sie eben zu schmal, dün, ja, und vorne spitz sind. Ähm, ähm, andere Anwendung ist, äh, wenn man Hobelkästen selbst baut für japanische Hobel, ähm, das japanische Hobel-Eisen steckt seitlich in einer Nut drin, und dann kann man im Hobelkasten diese Nut mit diesen Sägen perfekt schneiden. Und dann kommen wir zum Schluss, äh, noch auf eine sehr große Säge, ähm, die gibt's auch mit Querschnittverzahnung. Das hier ist das Längsschnittmodell. Damit kann man wunderbar größere Hölzer auftrennen oder eine, ein Stämmchen in Bretter aufsägen von Hand. Da funktionieren diese Sägen sehr gut und, äh, ja, die normalen Wechselblattsägen, ja, sind von ihrer Größe und, äh, der Bezahlung her da ein bisschen limitiert. Also, die schaffen diese relativ großen Querschnitte, die man beim Längsauftrennen, ähm, hat, schaffen die eben nicht. Da sind die zu fein, die meisten. Und diese Sägen gibt's auch, äh, im Set zum Beispiel. Hier ein sehr kleines, ähm, feines, ähm, wirklich, ähm, für Musikinstrumentenbauer bestens geeignetes Set. Bestehend aus einer sehr, sehr feinen Totsuki und einer Ryoma, ja, also auch mit der Längs- und Querschnittverzahnung. Und eben einer von diesen kleinen, ja, Schlüssellochsägen. Und, äh, das Ganze ist in einer Rolltasche und der Aufdruck auf der Rolltasche lässt keine Fragen offen. Das bedeutet, ähm, ja, die Nummer 1, Iki-Bahn, also beste Qualität. Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen in unsere, äh, Deluxe-Japan-Sägen, ähm, nochmal kurz zusammengefasst. Diese Sägen sind aus Kohlenstoffstahl durchgehärtet, deswegen theoretisch nachschärfbar, ähm, und auch praktisch nachschärfbar, wenn man die geeigneten Pfeilen hat. Ähm, sie sind in der Mitte dünner geschabt, also hohl geschabt, damit, äh, der Schnitt feiner ist, weil die Schränkung deswegen schwächer sein kann und trotzdem, ja, ich einen optimalen Sägespalt habe. Viele dieser Sägen haben eine besondere Anwendung, ja, wir haben uns die Azebiki angeschaut, ähm, eine spezielle Gärungssäge zum Beispiel und eine Auftreibensäge. Zu diesem Thema Japan-Sägen haben wir eine ganze Reihe von Videos, ähm, die, ähm, entsprechenden Links sind unten in der Beschreibung zu finden. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst dann einen Daumen nach oben, ein Like da. Ähm, wenn ihr diese Videos nicht verpassen wollt, ähm, abonniert unseren Kanal. Wir werden alles wieder ein bisschen zusammenfassend in einem Blogbeitrag, äh, in unserem Blog veröffentlichen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit unseren Deluxe Japan-Sägen. Dann bis zum nächsten Mal bei Diktum. Dann bis zum nächsten Mal.